Hallo ihr Lieben, ich grüße euch wieder sehr herzlich zu einer neuen Wochenbotschaft. Ja, das ist die vierte Adventswoche schon, die Woche vom 20. bis zum 26. Dezember. Eigentlich ist das ja nicht ganz richtig, weil die Woche beginnt ja eigentlich immer mit dem Sonntag. Ja, also wenn es die vierte Adventswoche ist, dann erst recht auch. Also eigentlich vom 19. bis 25. Dezember. Ja, aber schauen wir einfach mal. Das wird ja nun eine wirklich sehr hohe, dichte Woche. Ja, alle Weihnachtsfeiertage sind darin. Ja, dann gibt es auch noch wirklich sehr interessante Sternkonstellationen diese Woche oder überhaupt Ereignisse. Ja, die Wintersonnenwende. Ja, das Licht nimmt dann wieder zu. Ja, das Licht nimmt zu. Wir gehen auf Weihnachten zu. Heiligabend, die Weihnachtsfeiertage. Ja, das ist eine sehr besondere Zeit. Ja, vorab wieder ein paar Worte zum vierten Advent. Der vierte Advent ist nochmal eine Motivation. Ja, zum Durchhalten sozusagen der letzten Etappe. Wieder steht ein Ruf mit Freude als Überschrift über diesen Tag. Ja, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch, denn der Herr ist nah. Ja, ja, so wird es eben in der christlichen Tradition, zu der der Advent einfach gehört, aus der der Advent entstammt. Und so wird es über diesen vierten Adventssonntag thematisch gestellt, geredet und bedacht. Ja, natürlich, wenn eine Etappe zu gehen ist, eine längere, dann lassen wir vielleicht selber immer wieder einmal den Mut sinken. Ihr kennt das aus persönlichen Erfahrungen, egal in welchem Bereich, ja. Nicht nur die Kinder haben jetzt in diesen Tagen sehr viel Durchhaltevermögen zu zeigen mit ihrer Freude, mit ihrer Neugier und Gespanntheit auf Weihnachten, auf die Geschenke, ja. Sondern eben, wie ihr im Leben ja auch immer wieder, ja, bis etwas erreicht ist. Ah, da dauert es manchmal. Ja, und da geht mitunter einfach die Freude an allem möglichen anderen verloren oder sinkt und wir verlieren das Ziel aus den Augen. Oder es, ja, der Blick nach vorn, nach oben, der wird so ein Stück weit getrübt. Und deswegen nochmal die Motivation zur Freude, aber sie klingt gleichzeitig zusammen einfach mit einer Erinnerung, ne, auf wen da zugegangen wird oder wer erwartet wird, ja. In der christlichen Tradition heißt es eben der Herr, der Heiland, ja. Und da klingt auch schon mit an, was da erwartet wird, ja, ne, eine heilvolle Wende, ein, ja, dass das ankommt, was wohl tut oder dass wir dort ankommen, wo wir Wohlergehen erfahren, ja, wo alles in Balance ist, einfach auch alles an seinem richtigen Fleck, in friedlichem und, ja, harmonischem Miteinander, dass wir in uns selbst in Balance sind. Ja, das heißt es einfach mal auf uns Menschen gedeutet, ja. Ja, aber, ne, es wird ebenso auch aufmerksam darauf gemacht. Wir stehen in einer, ja, unendlichen, ewigen Beziehung. Und das ist die Beziehung zu Gott hin, zur göttlichen Welt, ja, zur universellen Welt. Wir sind eigentlich ein winziger Teil eines großen Ganzen, ja, was so facettenreich ist. Ja, und darin dürfen wir uns einfach auch gebogen und gehalten sehen und erfahren. Darin dürfen wir uns, ja, ganz nah und beschützt eben auch wissen. Denn das ist eben das dritte Stichwort in dieser Thematik mit die Freude auf den Heiland, der nahe ist, ja. Die Nähe ist etwas, was sich jeder Mensch auch immer wieder wünscht, was wir brauchen, ja, wo wir selber einfach auch auftanken können, uns selber mitteilen können, Heimat finden, ja, Entspannung einfach auch haben und wachsen können, kreativ werden können, uns entfalten können. All das ermöglicht ja einfach auch Nähe, Nähe miteinander zwischen Menschen, ja, in den einzelnen Beziehungen, auch im Großen und Ganzen, ja. Sich beheimatet wissen, ja, geborgen wissen, das ist für uns alle etwas Unabdingbares, etwas Grundsätzliches im Leben. Und das wird uns zugesagt, ja, das wird uns einfach auch in Aussicht immer wieder gestellt und daran werden wir immer wieder erinnert. Heb deinen Blick, sieh, dass du geborgen bist, mindestens in Gott, ja. Ja, mindestens bei ihm hast du Heimat, zu ihm darfst du kommen, er möchte eben bei dir einkommen, das Leben erhellen, ja, mit dir einfach nach vorn schauen, ja. Ja, in Freude auf das blicken, was möglich ist, was für dich ganz spezifisch und originell ist, ja. Und natürlich, das wird sich einfach auch im Miteinander mit anderen zeigen, ja. Danach darfst du auch immer wieder suchen, das darfst du selber auch immer wieder mit befördern. Danach darfst du selbst auch immer wieder fragen, ja. Daran bauen. In unseren Tagen jetzt wird eben, wie schon so oft jetzt gesagt, eben nicht daran gebaut, sondern es wird sehr viel destruktive Energie verströmt, sehr viel gegeneinander befördert, ja, sodass, ja, einfach Menschen auch geradezu heimatlos werden oder desorientiert, gar nicht wissen, wo sie sich befinden, was sie überhaupt noch tun sollen. Und manche wandern sogar aus, ja, bis dahin geht das, bis dahin geht die Not, die Bedrückung, ja. Und das sind nicht nur Ungeimpfte, die da auswandern, ja. Es sind einfach Menschen, die auch satt sind von, ja, von unterschätzt werden, von gering geschätzt werden, ja. Ja, da ist einiges so in Schieflage eben geraten, ja. Und, ja, was wir dieser Tage natürlich auch mit haben, das ist interessant. Da bin ich gespannt, wie sich das alles auch entwickelt. Das ist jetzt einmal abgesehen von dem Advent, den Gedanken an den Advent. Ja, die Venus wird ja rückläufig, ja, oder ist rückläufig geworden. Und da kommen noch einmal Wertefragen auf den Tisch, ja. Ja, wie gehen wir miteinander um, was ist uns wert, uns ganz persönlich, ja, um in unseren Beziehungen, in unserem Leben, in unserem Arbeiten, in unserem Wohnen, wie auch immer, ja. Ja, ja, da wird einiges auf den Prüfstand gestellt, auch gesamtgesellschaftlich, ja. Ja, und ich denke, so mancher wünscht sich in dieser Zeit einfach eine, ja, gewisse Erlösung von diesen ganzen bedrückenden Themen und Einschränkungen und, ja, Kritiken und, was auch immer alles noch damit dazugehört, ja. Ja, wir können selber einfach dann immer nur wieder mit dafür sorgen, dass wir in Licht der Energie gehen, ja, indem wir, ja, uns einfach auch auf Wesentliches und Wertvolles zurückbesinnen, ja. Und das einfach immer wieder mit befördern, ja, daran erinnert uns Advent und einfach Weihnachten. Ja, dass wir auf dem Weg zum Licht sein sollen. Und nur wenn wir es selber einfach auch mit befördern, ja, kann das Licht natürlich in der Welt wachsen, ja. Die Licht der Energie, das, was aufbaut, das, ja, was einfach zueinander führt, was konstruktiv ist, ja. Ja, schauen wir nun noch einmal hinein in die Karten. Ich habe wieder die Kartendecks der vergangenen Wochen mitgebracht. Hier einmal die übergeordneten Botschaften. Was haben wir da? Lagency of Light. Das Erbe des Lichtes. Ja, das passt einfach auch gut. Ja, ich denke, es hat einfach auch jeder auf seine Art und Weise eben ein Erbe, eine Erbschaft bei sich, das Licht zu nähern, in der Welt zu fördern. Ja, nimm dieses Erbe einfach auch wahr, nimm es an, ja. Es ist dir da einfach viel, einfach auch zugetraut, ja. Viel mitgegeben. Und du hast darin Beistand, ja. Wenn es ein Erbe gibt, dann muss es ja einfach auch Vorfahren geben, dann muss es irgendwie ja auch Familie geben, sozusagen, ja. Also du bist dann einfach auch nicht allein, wenn du, ja, dein Licht entfaltest, deine Fähigkeiten, deine Möglichkeiten einfach, ja, zur Stärkung des Miteinanders, einfach auch zur Wertschätzung des Lebens jeder Kreatur, ja. Sondern, ne, du hast da einfach wirklich einfach auch andere zur Seite, die eben so mit dir gehen, ja, die ihre Erfahrungen schon haben, die beistehen, die Vorbild sein können. Genauso einfach auch natürlich dann solche, denen du dein Erbe weitergeben kannst, ja. Ja, dein Wissen, dein, ja, deine Erkenntnisse, deine Erleuchtungen, ja, deine Kraft, deine Lichtkraft, die kannst du dann einfach auch wieder weitervererben. Oder dazu bist du einfach ein Stück weit auch aufgefordert, ja. Ja, ja, er hat hier das Licht im Gepäck, ist auf Wanderschaft oder sie, ja, die Gestalt lässt sich nicht ganz konkretisieren. Es ist auch richtig so, ja. Ja, sieht einfach fast ein bisschen aus wie Josef und Maria, ja. Genau diese beiden Figuren, die spielen alle beide heute an diesem Sonntag, vierten Adventssonntag, eben doch eine Rolle. Sowohl der eine als auch die andere sind wichtig in, ja, diesem, bei diesem Bringen des Lichts in die Welt. Ja, ja, nicht nur Maria, die hat natürlich eine besondere Rolle auch, genauso auch Josef, ja, der nicht der leibliche Vater ist, ja, sondern Jesus, der sozusagen angenommen, adoptiert hat und damit alles geschützt hat, ja, auf Gott gehört hat, ja. Gott hat ihm im Traum einen Auftrag gegeben, ja, zum einen den Jesus-Namen, zum anderen eben Maria und das Kind zu beschützen und, ja, und so weiter und so fort. Lest gern selber einmal nach. Ja, und so gehen hier die beiden miteinander, ja, haben ihr Lichtproviant dabei, das ihr auch schützt. Ja, ja, geh du deinen Weg, du hast genügend Lichtproviant mit dabei, ja, du bekommst es vererbt, du darfst es genauso auch weitergeben, ne. Ja, und dann haben wir hier aus dem Lightworker Oracle, ja, ganz passend dazu, eine Botschaft noch. Ja, ja, Paradigmenwechsel, das ist auch interessant, ne. Ja, Paradigmenwechsel, ne, eben gerade jetzt auch mit der rückläufigen Venus, die, ja, Wertefragen nochmal auf den Tisch bringt, ja. Ja, und überhaupt, wie jetzt die ganze Zeit für jeden von uns persönlich ist, ja, oft eine Zeit, in der wir noch einmal zurückschauen, ähm, manches nochmal genauer angucken, was gelungen ist, was nicht so gelungen ist, ja, wo es noch Entwicklung braucht, was vielleicht auch abgeschlossen wurde, ja. Ja, hier gibt es einen Paradigmenwechsel, ja, einen Paradigmensprung, ja. Ja, vielleicht passiert da für dich einfach ein großer Anschub in dieser Woche, auch in einer bestimmten Sache, vielleicht in einer Beziehung, einer Liebesbeziehung oder in der Familie, ja. Ja, ja, gerade durch das Zusammenkommen, das Miteinander, vielleicht auch im Beruf, ja, in deinen persönlichen Planungen, Projekten. Ja, ja, ein lichtvoller Sprung, ja. Hier will die Tür aufgehen, das Licht einfach auch eindringen, ähm, ja, alles hell machen, erstrahlen, ja. Wunderbar. Ja, was haben wir noch aus dem Stille heilt? Fortschritt. Ja, und genau, das knüpft ja eigentlich auch gut an, ja. Fortschritt heißt ja, ne, da ist schon etwas passiert. Da liegt schon ein Stück weit Weg, ähm, hinter dir, wie viel auch immer, ja. Vielleicht bist du vor kurzem erst einen neuen Weg gestartet, vielleicht einfach auch schon seit längerer Zeit, ja. Ja, hier ist geradezu, ja, ein Lebensweg auch abgebildet in dem Flügel. Der wunderschönen Fee hier, ja, das fängt in der Kindheit an, geht über die Jugendzeit hier, Hochzeit, also Familiengründung und, ja, wachsen, sich selbst entwickeln, immer wieder Schmetterlinge, zahllose Schmetterlinge, ja. Ja, also das, was hier im Gepäck ist, ja, in diesen Flügeln, in ihrer Gesamtentwicklung, ja. Das sind einzelne Schmetterlinge, ähm, ja. Ja, es gibt immer wieder einzelne, größere, kleinere Etappen, Entwicklungen, die da dazugehören. Ja, schau sie dir vielleicht einfach diese Woche noch einmal an. Es geht ja auf Jahresende dann auch zu. Da werden solche Gedanken einfach dann sicherlich auch noch einmal relevant. Und es beginnen ja auch bald die Rauhnächte, beziehungsweise jetzt sind wir ja in der Zeit der Sperrnächte, Dunkelnächte, wo eine besondere Rolle spielt, dass, äh, dass wir uns noch einmal anschauen, was gewesen ist, ja, gerade im vergangenen Jahr, vielleicht auch noch länger zurückliegend, und dass wir uns das bewahren, was uns wichtig ist, was uns wohltut, ja, auch hier wieder die Werte fragen der Venus. Ähm, und dass wir das, was uns an Gefühlen und Gedanken, ja, negativ beschäftigt, belastet, ja, voneinander trennt, dass es uns beklemmend sprachlos macht, ja. Da gibt es eben verschiedenste Themen, mit der sich jede Dunkelnacht beschäftigt, eben auch zwölf, beziehungsweise dreizehn Dunkelnächte bis zur Sommersonne, äh, Wintersonnenwende hin. Ähm, ja, da gilt es das, ein Stück weit erst mal wegzusperren. Und deswegen der Name Sperrnächte auch. Da wird etwas, ja, erst einmal weggesperrt, beiseite gelegt. Und das Gute wird behütet und, ja, fortentwickelt. Damit beschäftigen sich dann vor allen Dingen auch die Raunächte, ja, mit dem, was vor uns liegt, was wir weiterentwickeln wollen, worin es Fortschritt geben soll. möglicherweise gibt es auch nicht nur Fortschritt in dem, was wir selber planen und wünschen und, ja, schon vorbereiten, sondern auch unverhofft. Ja. Schauen wir einfach mal. Ja, schauen wir nun noch genauer hinein mit dem Tarot. Und ich stelle die Kamera etwas tiefer. So. Ich habe wieder den goldenen Atemro-Tarot mit dabei. Und wir bitten, wir müssen rein und zusammen durch. Gebt eure Energie hinein. Und dann bitten wir um eine erste Energie oder die des Montags. Ja. Und das ist eine geniale Energie. Also, wenn das der Start der Woche ist, dann wunderbar. Ja, der beginnt gleich siegreich. Ja. Ja. Da ist eine Menge Energie einfach auch zur Verfügung. Die wird dir viel Inspiration, viel Kraft, Leidenschaft bringen, gute Ideen, ja. Da steckt Potenzial drin, dass Sieg verheißend ist, ja. Da gibt es mindestens in einer bestimmten Sache schon einen Fortschritt, einen Teilsieg. Vielleicht bekommst du hier eben zu irgendetwas Rückmeldung auch, ja, Nachricht. Ja, die Stäpe können auch für Nachricht stehen. Vielleicht auch ganz viele Nachrichten, die, ja, etwas zu einem erfolgreichen Teilabschluss zumindest auch bringen. Und dich da auch kräftigen und stärken, ja, er hat das rote Mäntelchen an, dass er für Lebenskraft und Freude steht. Und hier sein treuer Gefährte, das Pferd, das ihn trägt, ja, da einfach auch gut durch, ja, die Kämpfe und Auseinandersetzungen sozusagen bringt, gebracht hat. Mit dem grünen Umgang, der für Herzenskraft steht. Ja, da kommst du zu einem guten Ergebnis. Vielleicht gibt es hier eben auch eine bestimmte Begegnung oder ein bestimmtes Ereignis. Vielleicht ein Projektabschluss auch oder einen entsprechenden wichtigen Schritt. In deiner Beziehung, in deinen persönlichen Projekten, ja, im beruflichen, in der Familie. Ja, na wunderbar. Das nehmen wir doch so. Aber, wie gesagt, die Energien sind ja auch fließend, ja, und das können für jeden von euch auch unterschiedlich zutage treten. Das muss nicht in der Reihenfolge sein, wie es jetzt hier kommt. Es muss auch keine durchgehende Geschichte irgendwie sein, ne, ihr wisst. Ja, schaut da einfach auf eure persönliche Situation. Aber ihr werdet es ja sicherlich dann einfach auch erkennen und spüren. Eine siegreiche Energie ist, glaube ich, sehr spürbar. Ja, welche zweite Energie oder dieses Dienstag wird es geben? Welche zweite Energie? Da hat sich noch eine umgedreht. Ja, zum einen haben wir hier den Turm. Ja, da passiert etwas einfach auch sehr umbruchmäßig plötzlich, ja. Vielleicht startet hier auch dein Urlaub. Das kann sein, ja, dass plötzlich eben alle Last auch von dir fällt und weggenommen wird sozusagen und du in deinen Urlaub starten kannst. Naja, es kann genauso auch, ja, eine persönliche Erkenntnis sein, die hier zutage tritt. Ja, wir haben ja hier das Kronenchakra mit einbezogen. Ja, das erleuchtet wird sozusagen. Ja, da wird aber eben etwas weggesprengt, ja. Das, was nicht gut tut, was nicht lebenswert ist, was nicht beheimatet und beherbergt. Ein Zustand, ja, ein Verhältnis, eine Gewohnheit, etwas Unmäßiges, ja. Dem Turm geht ja der Teufel voraus, ja. Die Unmäßigkeit, die Abhängigkeit, Begrenztheit. Ja, das wird einfach, da wird etwas weggesprengt. Eben durch eine bestimmte Erkenntnis, vielleicht auch durch bestimmte Nachrichten, Ereignisse, die passieren. Das kann auch im großen Stil sein, ja, also gesellschaftlich vielleicht, dass da etwas noch passiert, was wieder Blitz einschlägt sozusagen und, ja, für uns alle große Veränderungen vielleicht bringt. Ja, muss aber nicht, ja. Ich sage es nur einfach mit dazu, welche Möglichkeiten es gibt. Ja, jedenfalls wird hier sehr radikal auch eine Situation umgewälzt, beendet. Möglicherweise hast du da selber auch mit dran anteilt, dass du etwas, ja, ein für allemal dann auch beendest, zurücklässt. Ja, weil du hier in etwas anderem siegreich gewesen bist und hier dann klaren Cut machst sozusagen mit dem Turm, ja. Ja, danach folgende Stern, äh, danach folgende Karte ist der Stern, die Heilung, Wunscherfüllung, ja. Ja, göttliche Führung. Schau mal, hier ist noch eine zweite Karte gefallen. Gibt es da etwas zu feiern? Vielleicht, ja. Vielleicht ist das wirklich ein großes Ereignis auch, was hier für dich passiert, ja, wo du feiern kannst, wo du froh und dankbar sein kannst mit anderen zusammen, ja. Die sehen, ja, wirklich einfach fröhlich und, ja, irgendwie auch erlöst aus, ja, beschwingt. Und, ja, wir sind froh, dass sie sich begegnen, dass sie sich da einfach ein Stück weit auch wieder haben, zusammenkommen können. Klicken miteinander, dankbar auch auf das, was gewesen ist, zurück. Ja, vielleicht hast du hier einfach auch eine schöne Zusammenkunft eben mit anderen, ein Treffen, in der Familie, mit Freundinnen und Freunden. Der wollte sich nach oben legen, jetzt habe ich unbewusst so hingelegt, der Hierophant, ja. Die göttliche Führung, der Segen, der Schutz, wunderbar. Ja, welche dritte Energie oder die des Mittwochs steht zur Verfügung? Hey, die Karten wollen heute wieder, dass ich Akrobatik mache. Bewege dich mal ein bisschen mehr, mache ich doch glatt. Wieder eine Sechserkarte, ja, die Sechster Münzen. Hier kommt etwas in Balance, in Ausgebogenheit, ja, da, ja, kommst du selbst womöglich in Ausgebogenheit oder auch eben in eine gute Balance mit anderen gemeinsam. Ja, vielleicht bekommst du hier auch eben finanzielle Unterstützung, Zufluss, ja. Vielleicht könnte es etwas mehr ausfallen, als da gegeben wird, ja, als da zufließt. Ja, vielleicht wirkst du hier auch mit anderen gut zusammen, ja. Und ihr, ja, gebt eure Talente, eure Fähigkeiten an eine Sache ran, ja. Ja, ich hatte es ja das letzte Mal mit dem Plätzchenbacken bei den Münzen, ja. Vielleicht ist hier auch Plätzchenbacktag, ganz profan gesehen. Das kann natürlich auch sein, ja. Ja, ansonsten ist hier eine Balance zu sehen, ne. Ein Geben und Nehmen ist in Balance. Ja, jedenfalls macht sich hier schon etwas, ja, auch materiell oder greifbar, sehr bemerkbar, ja. In deiner Ausgewogenheit, vielleicht in deinen Entscheidungen, ja, die du getroffen hast, deine Entwicklungen, die du gegangen bist. Welche für deine Energie, Robert, die du sonst anzeigen möchtest? Ich habe mir das Gefühl, hier unten klebt meine Hand. Die Liebenden, eine Herzensentscheidung, ja, eine, ja, Entscheidung, die von Herzen kommt. Ein Weg, der von Herzen gegangen wird, ja, ob nun zwischen Menschen oder mit einem bestimmten Herzensprojekt, Herzensanliegen, ja. Ja, wenn es die Energie des Donnerstags ist, dann ist das der Tag vor Heiligabend. Ja. Vielleicht bringst du dich hier in eine bestimmte Sache noch einmal sehr bewusst und von ganzem Herzen ein, ja. Vielleicht hast du hier eine bestimmte Begegnung auch, ja, mit einem Menschen, eben eine Liebesbeziehung kann das eben sein, wo ihr euch wirklich in, ja, sehr eigenständiger, beherzter und freier Art und Weise begegnet. Und, ja, es kann auch nackt sein, ja, natürlich, ne. Aber, ja, das, was euch gebunden hat, was euch gehindert hat, zueinander vielleicht auch, ja, das habt ihr abgelegt, ja, davon habt ihr euch befreit, seien es eben, ja, Glaubenssätze oder, ja, anderes, was euch bindet, ja, Arbeit vielleicht auch, ja. Endlich, ja, vielleicht startet hier dein Urlaub, ich weiß es nicht, das kann ja sein. Ja, hier ist jedenfalls eine, ja, sehr lebendige Energie, eine beherzte und die ist auch gesegnet, sehr gut begleitet. Ja, vielleicht triffst du hier an dem Tag eine bestimmte Entscheidung eben auch, ja, die sich hier herauskristallisiert hat in den vergangenen Tagen. Da hast du vielleicht schon etwas wirklich erfolgreich vorbereitet und, ja, manches hinter dir gelassen und hier noch einmal ein paar Sachen angegangen, ja. Und hier ist dann wirklich, ja, Stichtag sozusagen, um eine konkrete Entscheidung zu treffen. Ja, was haben wir weiter, ja, das ging schnell, in der fünften Energie oder die des Freitags, ja, wunderbar, oder? Das Ass der Kelche, ja, eine Chance der Liebe, auf Liebe, mindestens zu dir selbst, ja, ich sage ja immer gern mit dazu, ne. Die Selbstliebe ist hier auch erstmal wesentlich mit angezeigt, ja, da wird dir selbst von Gott her ein Kelch gereicht, ja. Und wenn es die Energie des Freitags ist, dann ist das Heiligabend, ja, und das ist natürlich, so kann man es einfach sagen. Gott, ja, zeigt dir seine Liebe, Gott reicht dir seinen Kelch, ja, dass er sich das für dich wünscht, sich das für jeden wünscht. Und, ja, dass er sich als geliebt und gebogen und gewollt einfach auch weiß und erfährt und entfaltet, ja. Ja, ja, das darfst du an dir selber dann einfach auch wirklich schätzen und, ja, einfach hinschauen, dass du dir selber auch immer wohl tust, immer wieder wohl tust und in Balance kommst, in Einklang. Und dann, ja, letzten Endes wirkt das auch dann nach außen hin, ja. Also, nicht berechnend jetzt einfach, ne, dir wohl tun, damit es nach außen wirkt, sondern, ja, tu dir erst einmal wohl, sei einfach ganz bei dir auch. Vielleicht hast du hier einfach auch die Möglichkeit, ja, dich ein Stück weit auch zurückzuziehen und, ja, etwas, dir etwas Gutes zu tun, ne. Oder, natürlich, es kann einfach auch die Gemeinschaft mit anderen sein, die dir, die dir wohl tut, ja. Ja, aber, na, hier haben wir es wunderbar, wie ich immer gern hinweise, ne, hier sind fünf Strahlen, die aus dem Kelch herausfließen, ja. Ja, und da, wo sie auftreffen, ergeben sie die fünf Spitzen, das Pentagramm, ja. Also, da kommen alle Elemente einfach in ihrer Kraft auch zusammen, in den Fluss, in ihren Segen, ja, in ihrer Ausgewogenheit, ja. Achte immer wieder darauf, ja, dass du diesen Kelch der Liebe für dich selbst auch erst einmal annimmst, ja. Ja, gerade zu Weihnachten, ja, es ist ja oft so, dass wir dann viel rennen und machen und tun. Ne, lass diese Zeit einfach auch für dich selber erst einmal wirken und gelten, ja. Ja, wunderbar. Ja, dann bringt es auch anderen etwas, ja. Ja, da, von diesem Überströmenden können auch andere einfach sehr viel Nahrung für sich aufnehmen. Ich finde es unglaublich, an der Unterseite des Karpendecks jedes Mal dann wieder eine große Arcana. Vorhin war die Herrscherin, jetzt ist die Mäßigkeit. Ja, das ist einfach auch heilsam, ja. Ja, hier, vielleicht passiert ja auch Heilung für dich, für dich etwas, ja, wirklich heilsames, belebendes, was dich auch mit hervorluckt und den Ausgleich in Harmonie bringt. Ja, welche sechste Energie haben wir jetzt bekommen, ja, oder die des Samstags? Ja, da ist er auch schon. Und da ist er auch schon, ja, die Königin der Münzen. Die weiß um ihren Selbstwert, denke ich, gut Bescheid. Wer, wenn nicht siehe, ne? Ja, der König der Münzen natürlich auch. Na, aber sie schaut einfach erst mal auch auf das, was ihr Wohl tut, wer sie ist. Ja, darüber weiß sie gut Bescheid. Und genauso hat sie aber eben, ja, auch Interesse und, ja, Potenzial, Ressourcen, ja, sich um das Andere mitzukümmern, ja, und die Anderen gut mitzuversorgen. Ja, es ist eine mütterliche Energie. Vielleicht, ja, begegnest du hier auch einer mütterlichen Person, einer Mutter, Spiegermutter, Großmutter, ja. Ja, aber eben kann eine Person mit dieser Energie einfach auch eine wichtige Rolle an dem Tag spielen für dich. Falls es der Samstag ist, dann ist es der erste Weihnachtsfeiertag. Ja, ansonsten, wenn das deine Energie ist, ja, dann bist du einfach gut in deinem Selbstwert, sehr stabil. Und einfach auch verlässlich und froh und attraktiv, ja, und, ja, in dem, was du tust, einfach auch wirklich geschickt, fruchtbar, ja, lebendig, ja, mit großer Herzenskraft und Lebenskraft, Lebensfreude. Ja, du schaust auf das, was um dich ist und wirst es gut hegen und pflegen, ja, auch dich selbst, ja. Wieder der Hierophant an der Unterseite. Unglaublich. Ja, welche sieben der Energie oder die des Sonntags bekommen werden. Und hier haben wir wieder eine Sechserenergie, die Sechs der Schwerter. Ja, ja, da machst du dich auf zu neuen Ufern, in ruhigere Gewässer. Ganz profan gedeutet heißt, kann das heißen, wenn das die Energie des Sonntags ist. Du fährst nach Hause und du hast jetzt einfach nur Zeit für dich und deine Familie. Kann es ganz bei dir sein. Vielleicht ist, ja, Feiertagsstress dann einfach auch sozusagen erlebt, erledigt. Ja, aber, ja, so grundsätzlich, wenn es für deine Energie steht, kannst du hier einfach auch in ruhigere Energie kommen, ja. Du hast ja um genügend Sachen Gedanken gemacht, ja, die Schwerter stehen ja für Kommunikation, für Gedanken, für Ideen, ja. Ja, da ist genügend Klarheit hineingekommen, auch, ja, du kannst auch Auseinandersetzungen eben hinter dir lassen, weil da vielleicht eben etwas geklärt wurde. Ja, und machst dich hier auf zu neuen Ufern, ja. Ziehst dich vielleicht ein Stück weit zurück. Ja, ja. Was haben wir noch an der Unterseite des Kartendecks? Hier ist jetzt mal keine große Arcana, aber auch eine sehr schöne Energie, der Ritter der Kelche. Ja, ja, ein liebevolles Ereignis. Grundsätzlich kann das für Weihnachten stehen, wenn es für deine Energie steht, die sich hier so die ganze Woche eben grundlegend mit durchzieht. Dann bist du da in einer sehr liebevollen Stimmung. Kannst vielleicht so einfach auch auf andere zugehen. Oder jemand anderes kommt auf dich so zu, ja. Ja, ja, freundlich, herzlich, ja. Zeigt einfach auch seine Gefühle, ja, hat ein offenes Visier und, ja, bringt da seine Liebesbotschaften. Vielleicht wirst du auch noch einiges an Weihnachtsbotschaften verschicken, wie auch immer, ja. So etwas kann jetzt ganz konkret sein. Vielleicht, ja, triffst du auch auf bestimmte Menschen eben. Gerade dann so an Weihnachten. Ja, wo es ein herzliches, liebevolles Miteinander sein kann. Wenn du mit niemandem zusammenkommst, ja, auch dann freue dich. Sei stolz einfach auf deinen Kelch, den du hast, ja, den du einfach auch zu präsentieren und zu bringen hast. Ja, sei dir der Liebe bewusst, die dir einfach gereicht ist und die dir möglich ist, weiterzugeben. Dir selbst zu geben, weiterzugeben. Ja. Geh damit. Ja, wunderbar. Legen wir die hier oben mit hin. Seht ihr noch alles? Ja. Ja, welches Kraft hier steht dir denn zur Seite? Kann vielleicht ein Vorbild sein, mit dir gehen. Welches Kraft? Hm, Amardillo. Hatten wir, glaube ich, neulich schon mal. Ja, vor kurzem. Groundedness. Gegründetheit, ja. Ja, die Verwurzelung. Ja, ich denke eben gerade natürlich mit dem Festen wird hier eine starke Verwurzelung auch immer wieder mit als Thematik eingebracht, ja. Wie stehen wir, ja, in Zusammenhängen, in unseren Familien, in welchen, ja, Abhängigkeiten auch, aber vielleicht eben auch in welcher guten Gemeinschaft, welcher Geborgenheit und Beheimatung, ja, wo sind wir gegründet, wo wurzeln wir ein, ja, wo wollen wir uns selbst einfach auch niederlassen und einwurzeln und Stabilität finden, um uns daraus zu entwickeln, ja. Welchen Halt geben wir einander? Welchen Halt finden wir für uns? Was stärkt uns immer wieder auch in unserer Beheimatung, in unserer Verwurzelung, Geerdetheit, ja. Da gilt es vielleicht dem Manchen dann auch eine Herzensentscheidung zu treffen und zu sagen, nein, das tut nicht gut. Das ist mir einfach nicht wertvoll oder da merke ich, es tut mir nicht gut eben und darauf lege ich Wert, das möchte ich ausbauen, ja. Rückläufige Venus. Auch da wieder einmal. Lässt sie sich klicken, schwingt sie mit. Ja, welche Engelbotschaft kannst du da auch noch mit zur Seite bekommen? Hier habe ich das Engel-Licht und Liebe-Orake. Hier haben wir Leichtigkeit. Über einer Sommerwiese, zwei Schmetterlinge im Tanz, im Sein. Die Sommerwiese, die ist jetzt gerade nicht ganz so naheliegend, ja. Aber ja, vom Empfinden her, natürlich dieses Bild. Zwei, die sich entwickelt haben, ja, die sich transformiert haben, kommen miteinander, ja, in Austausch, in Kommunikation, in tanzende Kommunikation, ja. Der Tanz ist ja immer etwas, der sehr viel von innerem Empfinden, von Leidenschaft, ja, vom Persönlichkeit und Wesen des Anderen zeigt. Wo wir uns selbst zeigen können, gar nicht verstellen können, ja, wenn wir uns wirklich hineinbegeben in den Fluss des Tanzes. Ja, da zeigen wir unser Sein. Komm gern in Leichtigkeit in dieser Zeit jetzt, durch diese Energien. Ja, lass dir auch Leichtigkeit zufließen, lass dir die Leichtigkeit der Anderen auch wohltun. Ja, lass dich mit Leichtigkeit beschenken, von Gott, von der göttlichen Welt her. Ja, das, ja, bringt dich vielleicht auch in eine wichtige Transformation oder bringt einen wichtigen Fortschritt. Auch hier haben wir die Schmetterlinge wieder mit dabei. Ja, dann eine sehr gesegnete Zeit. Alles Liebe und bis ganz bald. Ja, ich denke, ich melde mich im Laufe der Woche noch einmal, vielleicht mit einem anderen Orakel, einer anderen Thematik. Schauen wir mal. Ähm, ja. Ansonsten einfach gesegnete Weihnachtsfeiertage auch. Gute Vorbereitungen noch bis dahin. Ja, viel Geborgenheit. Zumindest erst einmal auch. Ja, vielleicht auch guten Rückzug, ja. Wohltuenden Rückzug. Für dich selbst, ja. Um deiner Selbstwillen auch. Um, ja, diese Wunder, dieses wundervolle Geschenk dieser Zeit auch schön in dich aufnehmen zu können. Ja, ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Lasst mir gern auch euer Like und euer Kommentar da. Teilt das Video. Ich freue mich auch, wenn ihr den Kanal abonniert. Ja, dann finden wir uns leichter wieder. Und das kann vielleicht einfach auch anderen helfen, ja, zu ihren Botschaften zu finden, die sie weiter unterstützen, Klärung vielleicht bringen, gut begleiten. Ja. Alles Liebe. Bis ganz bald. Eure Tara von Taro Rainbow Vielen Dank.